Hallo und willkommen bei Runners Point. Hier zeige ich euch den neuen Luna Glide 2 von Nike. Ein Laufschuh, der besonders gut für leichte bis mittelschwere Läufer geeignet ist, die neutral abrollen oder die eine leichte Überpronation haben. Dafür sorgt das sogenannte Dynamic Support System, das sich dem individuellen Laufstil anpasst und nur bei Bedarf mehr Stütze und Dämpfung gibt. Seine Dämpfungseigenschaften erhält der Luna Glide über das Lunalon Zwischensohlenmaterial, das über die gesamte Zwischensohle verarbeitet ist. Dieses Material sorgt dafür, dass der Schuh extrem leicht und flexibel wird. Diese Flexibilität wird während der Abrollbewegung sehr positiv beeinflusst durch diese Querkerben und die Längskerbe. Im Obermaterial wurde viel Meshgewebe verarbeitet, sodass der Luna Glide entsprechend atmungsaktiv ist und für noch bessere Passform und Stabilität beim Laufen sorgt das Flywire-Gewebe im Mittelfußbereich. Die stabile Fersenkappe, die zusätzlich noch mit einem Reflektor ausgestattet ist, sorgt für perfekten Fersensitz. Auch der Luna Glide ist natürlich Nike Plus kompatibel, das heißt ein Laufsensor eingelegt in diesen Schuh. gibt euch Rückmeldungen zum Beispiel über Laufgeschwindigkeit oder zurückgelegte Distanz. Ja, der Luna Glide 2 von Nike. Leicht, flexibel, einfach angenehm. Und wer ihn haben möchte, der geht in eine unserer Runners Point Filialen oder bestellt ihn gleich hier im Shop unter www.runnerspoint.com.